Liebe Kinder, kennt ihr schon den Buchstaben A? A wie Apfel, A wie Affe, A wie Ameise, A wie Auto, A wie Ananas, A wie Amerika, A wie Ampel, A wie Astronaut. Liebe Kinder, kennt ihr schon den Buchstaben A? A wie Apfel, A wie Affe, A wie Ameise, A wie Auto, A wie Ananas, A wie Amerika, A wie Ampel, A wie Astronaut. Das war richtig toll. Hat es euch auch Spaß gemacht? Bis zum nächsten Mal.